In diesem Video gebe ich dir fünf Tipps über die Anwendung des Cycle-Bereichs oder die Locator-Punkte in Logic Pro, die du so bestimmt noch nicht alle gekannt hast. Hallo, ich bin Martin und auf meinem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic Pro. Über den Cycle-Bereich kannst du festlegen, welche Songparts abgespielt werden sollen, beziehungsweise welche Songparts geloopt werden sollen. Aber der Cycle-Bereich kann noch so viel mehr und deswegen fange ich jetzt gleich an mit Tipp Nummer 1. Es gibt zwei Tastaturkurzbefehle, die in Logic von vornherein festgelegt sind und immer wieder für Verwirrung sorgen bei der Anwendung des Cycle-Bereichs. Den Cycle-Bereich siehst du hier oben und je nachdem wie der Cycle-Bereich gesetzt ist, du kannst ihn jetzt auch hier manuell verschieben, kannst du bestimmen, was geloopt wird, beziehungsweise was abgespielt wird. Wenn ich jetzt also Play drücke, dann wird er ab dem Cycle-Bereich abspielen und diesen Bereich loopen. Du siehst also eigentlich ein ganz einfaches Prinzip. Kommen wir jetzt zu diesem Problem mit den Tastaturkurzbefehlen. Es gibt einen Tastaturkurzbefehl, der super nützlich ist und zwar in Verbindung mit der Arbeit mit Regionen. Wenn ich jetzt hier auf eine Region klicke und den Tastaturkurzbefehl U benutze, dann setzt er mir den Cycle-Bereich genau über diese Region. Das ist super geschickt, wenn du schnell irgendwo hin willst und du weißt schon, an welche Stelle du möchtest, einfach U klicken und er setzt dann den Cycle-Bereich hier praktisch direkt über die betreffende Region und zwar genau in der Länge, in der die Region hier ist. Egal, ob sie jetzt auf ein Downbeat kommt oder ob sie, wie zum Beispiel diese hier jetzt von Takt 6 bis Takt 6, irgendwas geht kurz vor Takt 9. Jetzt gibt es noch einen Tastaturkurzbefehl und der ist Command-U. Und wenn ich den jetzt drücke, dann passiert etwas anderes. Ich drücke also Command-U, habe meine Region hier markiert und jetzt siehst du, er geht nicht genau über diesen Bereich hier drüber von der Region, sondern er rundet und zwar immer auf den jeweils nächsten Downbeat. Das heißt, diese Region hier fängt kurz vor Takt 6 an, also rundet er die Locator auf Takt 5 und er hört hier kurz vor Takt 9 auf, also rundet er die Locator hier auf Takt 9. Ich kann das hier auch nochmal vormachen. Ich drücke hier wieder Command-U und jetzt siehst du, er fängt also hier auf Takt 8 an, weil diese Region hier kurz vor Takt 9 anfängt und endet hier auf den Downbeat. Das kann ganz geschickt sein, wenn du jetzt nicht nur diese Region hier abspielen oder loopen möchtest, sondern den gerundeten Part, also die Downbeats jeweils vor und nach der Region und damit kommen wir schon zu Tipp Nummer 2. Das ist eine meiner Lieblingsfunktionen mit den Locator-Punkten oder mit dem Cycle-Bereich und das ist, Regionen oder Parts zu überspringen, was super nützlich sein kann, wenn du beim Songarrangement, wenn du Songs arrangieren möchtest. Nehmen wir mal an, ich setze jetzt hier wieder meine Locator-Punkte und zwar genau über diesen Bereich. Jetzt möchte ich, um im Songarrangement etwas auszuprobieren, genau diesen Part überspringen. Das heißt, ich möchte nicht, dass er abgespielt wird, sondern das Gegenteil. Der Playhead soll über diesen Bereich drüber springen, um einfach anzuhören, hört es sich besser an, wenn ich diesen Songpart hier auslasse. Dazu drückst du einfach auf Command und drückst dann auf den Cycle-Bereich und siehst, dass er sich jetzt verfärbt und jetzt wird dieser Bereich hier nicht abgespielt. Okay, probieren wir es mal. Okay, ich drücke also hier und er springt über den ausgewählten Bereich. Wie gesagt, super nützlich für Songarrangement und einfach um zu planen, wie hört sich das an, wenn du einen Songpart auslässt. Du kannst das ganz leicht wieder deaktivieren, indem du einfach auf eine andere Region klickst, wieder auf U gehst und dann hast du wieder deinen normalen Cycle-Bereich. Tipp Nummer 3 und der ist auch super nützlich fürs Arrangement. Ich habe jetzt hier eine Region und hier mache ich auch wieder meinen Cycle-Bereich drüber. Was du jetzt natürlich hast, ist hier in der Hierarchie oben, was den Playhead, also was Abspielen betrifft, ist der Cycle-Bereich immer ganz oben. Das heißt, egal was du tust, immer wenn ich jetzt die Leertaste drücke zum Abspielen oder wenn ich Play drücke hier oben, er wird immer vom Cycle-Bereich abspielen. Egal was ich mache, er startet immer hier vorne. Wenn du das jetzt aber nicht möchtest, du möchtest jetzt zum Beispiel ab Takt 3 starten, möchtest aber den Cycle-Bereich hier lassen, weil du ein paar Sachen ausprobieren möchtest, kannst du diese Hierarchie einfach umgehen und zwar, indem du doppelklickst. Wenn ich jetzt also auf Takt 3 doppelklicke, spielt er mir ab Takt 3 ab und nicht ab dem Cycle-Bereich. Tipp Nummer 4, Auto-Set-Locator. Das ist auch eine super nützliche Funktion und zwar kannst du automatisch festlegen, dass die Locator-Punkte hier immer mitspringen, wenn du auf eine neue Region klickst. Und das machst du hier oben. Das ist also hier unser Zeichen für den Cycle-Bereich. Wenn du jetzt gedrückt und geklickt hältst, dann kannst du hier Locator-Punkte automatisch setzen machen. Und jetzt siehst du schon, dass er hier hinspringt auf die jeweils markierte Region. Also egal, wo ich jetzt hingehe, er springt hier mit, das kann ich übrigens auch mit den Pfeiltasten machen. Das ist auch super geschickt, wenn du hier jetzt erstmal das probieren möchtest. Ich möchte dich aber hier versuchen zu lupen. Das heißt, er springt immer automatisch mit der jeweils aktivierten oder markierten Region mit. Das kannst du auch wieder ganz einfach ausschalten, indem du wieder gedrückt hältst, Locator-Punkte automatisch setzen und dann siehst du, jetzt springt er wieder zurück und du hast also wieder deine normale Cycle-Funktion und er springt nicht mit. Tipp Nummer 5, verwende den Cycle-Bereich zusammen mit Markern. Du siehst hier, ich habe mir Marker gesetzt, ich kann es mal größer ziehen und jetzt gibt es eine Funktion oder einen Tastatur-Kurzbefehl, mit denen du festlegen kannst, dass der Cycle-Bereich jeweils über Marker springt, also nicht über Regionen. Auch für Song-Arrangement eher besser. Ich möchte jetzt also vielleicht Marker 1 oder Vers 1, Vers 2 und Vers 3 und ich möchte jetzt, dass er mir hier mit den Markern direkt mitspringt. Und das geht über Shift-Command und dann über die Pfeiltasten. Du siehst jetzt also Marker 1, dann Marker 2, dann Marker 3 und Marker 4, der bis ganz nach hinten geht. Auch super zum Song-Arrangement, wenn du schnell hier spulen möchtest und der spielt dann natürlich auch direkt dort ab, wo dein Marker gesetzt ist wieder. Ja, und du kannst hier super schnell von Songpart zu Songpart springen. Übrigens, wenn dir diese Tipps hier gefallen und du möchtest schneller und effektiver in Logic arbeiten, dann empfehle ich dir unbedingt meine Logic-Workflow-Checkliste. Das ist ein PDF, da gebe ich dir nochmal 10 weitere Tipps, wie du Logic für dich optimieren kannst und ein paar heiße Hacks, wie du schnellere Workflows entwickeln kannst. Das ist ein PDF, das habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt, da kannst du dir es runterladen. Jetzt interessiert mich deine Meinung, hast du alle diese Tipps schon gekannt mit den Locator-Punkten, mit dem Cycle-Bereich oder war das eine oder andere neue dabei? Oder hast du vielleicht noch einen Tipp für mich, den ich noch nicht kenne, mit dem du den Cycle-Bereich benutzt oder einsetzt? Schreib mir das bitte mal unten in die Kommentare. Ansonsten danke ich dir wie immer ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich schicke dir viele Grüße aus Alicante aus dem heißen Spanien und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann!